Ich möchte mich im Folgenden mit einer Frage beschäftigen, die über etwas Kleinteiliges, Technisches weit hinausgeht, dabei aber unseren bisherigen Weg zusammenfassen soll. Die Frage lautet, führt der Einbruch der digitalen Ordnung, die wir in Lutschaben studieren können, zu einer vergleichbaren Störung der geistigen Ordnung, wie sie etwa der Einbruch des Räderwerkautomaten im Mittelalter produziert hat. Da hat man einerseits diese neue Maschine bejaht, aber sehr bald bemerkt, dass die einen Preis hat. Und das hat die Gesellschaft mit Phantomschmerz, mit einem allgemeinen Verlustgefühl beschlagen, einer regelrechten Abspaltung. Die Frage wäre also, gibt es, verursacht durch die digitale Ordnung, so etwas wie ein Unbehagen in der Moderne, eine Art von Abspaltungswunsch, den Wunsch, diese Ordnung eigentlich nicht zur Kenntnis zu nehmen. In jedem Fall können wir festhalten, dass sich mit der digitalen Ordnung ganz fundamentale Veränderungen einstellen. Eine haben wir schon besprochen, die betrifft eigentlich die Veränderung des Schriftbegriffs, eben dass jedes Ding, das sich elektrifizieren lässt, immer zur Schrift werden kann. Schrift explodiert, die Welt wird zur Schrift. Der zweite Punkt betrifft die soziale Plastik, also die Veränderung, die sich mit dem Bild der elektrisierten Mönche eingibt, also dem, was wir vielleicht heute die Netzwerkgesellschaft oder die Massengesellschaft nennen können. Lassen Sie uns vielleicht dazu noch ein kleines Gedankenexperiment anstellen, das zutiefst mit der Frage der Autorschaft zu tun hat. Autorschaft, Auktur, das ist nun nicht etwas, das wir gesondert quasi als ästhetisches Phänomen denken können, sondern es hat durchaus etwas mit Autorität zu tun, also der symbolischen politischen Ordnung. Im Idealfalle könnte man sogar sagen, dass die Autorität sich auf die Autorschaft bezieht, bezieht, also auf das Hinzufügen des Neuen und das autischer, wiederum auf das lateinische Wort Augmentare, Mehrung, Wachstum zurückgehend, etwas mit der Mehrung des Allgemeinwohls zu tun hat, was die Philosophen des 18. Jahrhunderts Pursuit of Happiness genannt haben. Also das ist eigentlich die ideale Deutung der Autorität, einer idealen Autorität. Und daraus lässt sich definitiv ableiten, dass eine Veränderung der Autorschaft auch eine tiefe Störung der politischen Ordnung bewirkt. Gehen wir also nochmal zu unserem Gedankenexperiment oder zu unserem Versuch von Jean-Antoine Nullet zurück und unternehmen dieses kleine Experiment und fragen, was artikuliert sich hier für eine Form von Autorschaft? Nun, man könnte auf eine schlichte Art und Weise die Meinung haben, dass eigentlich so etwas wie eine Art von totalitärer Autorschaft sich artikuliert. Einer berührt eine Antenne, alle zucken. Das ist gewissermaßen das Idealbild des Herrschers. Alle sind eingemeindet, zucken, je nachdem, wie er sich entscheidet. In einem libertären Sinn schlägt sich das sogar noch nieder in etwa Medientheorien vom Schlager eines Bertolt Brecht, der die Vorstellung hat, dass der Autor gewissermaßen mit Hilfe der großen Erregungsmaschinen, Radio und dergleichen, die Sache des Politariats und der Allgemeinheit voranbringen könne. Auf dunkle Art und Weise sehen wir dies in den Märschen des Reichsparteitages, also der gleichgeschalteten Menge, wo alles dem Bild eines Führers folgt. Das heißt, wir haben hier also diese totalitäre Form der Moderne, dass die ganze Gesellschaft quasi als ein zusammengeschalteter Schriftkörper zuckt, gleichgeschaltet werden kann. Allerdings, wenn wir auf diesen Versuch zurückgehen, ist das eine relativ schlichte, vielleicht auch oberflächliche Betrachtungsweise. Denn was passiert mit Jean-Antoine Nullet, wenn er die Antenne berührt? Bis zu diesem Augenblick mag dies vielleicht seine Entscheidung sein, also das Bewusstsein, ich werde die Masse bewegen. Aber in dem Augenblick, wo er es berührt, den die Antenne berührt, ist er selber eingemeindet. Er zuckt mit dem Anderen mit. Er verschwindet als Autor und wird selbst zu einer Form des Publikums. Er wird zum Einer, dem Anderen, zum gleichgeschalteten Mitglied. Wir erleben also nicht nur eine Art von Apotheosen der Autorstand, sondern gleichsam auch ihr Verschwinden in der Masse. Was eine ganz andere Betrachtungsweise ist. Wir sehen also, dass eigentlich Autorität diffundiert, dass sie aufhört, quasi die zentralperspektivische Spitze, die Führungsgestalt eines Gemeinwesens zu sein. Stattdessen haben wir es eben hier mit Masseaggregaten zu tun. Wir haben das eben auch schon an einigen Stellen so en passant besprochen, etwa an der Geburt der Statistik, des Averagemen, der Geburt der Lebensversicherung. Wir erleben hier das Aufkommen eines neuen Gesellschaftstyps, den man mit Fug und Recht als Gesellschaftssystem, als Maschine betrachten kann. Und zwar insofern, als hier nicht mehr der Kopf eines Einzelnen, sondern ökonomische Prinzipien, kollektive Erregungsformen letztlich die Entscheidung ausmachen. Es entsteht also das, was man vielleicht stärker als je zuvor Gesellschaftsmaschine nennen könnte, eine neue Form der sozialen Plastik. Ich möchte die Veränderung der Macht an zwei kleinen Exempeln klar machen, die ein einigermaßen ein sinistres Feld fallen, nämlich dort, wo man sich an der Autorität versündigt und eben eine kapitale Strafe, die Todesstrafe, exekutiert wird. Der erste Teil der Geschichte findet statt im Jahr 1757, also gut ein Jahrzehnt nachdem der Abinolais dem König Ludwig XV. demonstriert hat, dass man mit der Elektrizität eine Schar von Soldaten in die Luft springen lassen kann. Und tatsächlich spielt der König in dieser Geschichte eine gewisse, wenn auch leidtragende Rolle. Die Hauptrolle fällt einem jungen Mann zu Robert, le Diable, le Teufel d'Amiens, der in Paris bei den Jesuiden eine Art Haushofmeister gewesen ist, aber entlassen worden ist, in sein Heimatdorf in der Nähe von Arras zurückgegangen ist und aus irgendeinem Grunde, vielleicht einem religiösen Wahnfolgen der Meinung war, dass die Weltordnung nur wiederhergestellt werde, wenn man den König töte. Also macht er sich auf den Weg mit einem Messer im Gepäck im Januar 1757, lauert dem König auf, versucht ihn zu töten. Aber das wird verhindert und lässt sich dann also auch durchaus willenlos festnehmen. Aber der König wird von einer Art von Depression geschlagen. Er kann sich nicht vorstellen, dass irgendein Schäfchen ihm übel wollen kann. Und er versteht vor allem die Motivation nicht. Anstatt den Attentäter hinrichten zu wollen, dann besucht er ihn also im Gefängnis und versucht, etwas über seine Beweggründe herauszubekommen. Das verhindert gleichwohl nicht, dass der Justizapparat, all die Beamten, Minister und dergleichen der Meinung sind, dieses Verbrechen muss geahndet werden. Und so kommt es. Damien wird also des Regizids, des Königsmordes, für schuldig befunden. Man bricht ihm die Beine und man schleppt ihn an einem Tag schließlich auf den Richtplatz. Da wird seine Hand, die Hand, die das Messer geführt hat, verkohlt, schließlich abgeschlagen. Dann fügt man ihm schreckliche Schnittwunden zu. Denn diese Schnittwunden gießt man heißes Wachs, Öl, siebendes Öl, Pech, Schwefel, was immer man sich denken kann, fügt dem armen Mann die unvorstellbarsten Schmerzen zu. Das reicht aber nicht, denn es gilt diesen Mann zu vier Teilen. Also muss man sich der Hilfe von sechs Pferden bedienen. Aber das klappt nicht. Der Henker muss also beispringen, muss die Sehnen in Armen und Beinen trennen. Und dann ist es soweit. Der Körper des Robert Damien ist zerrissen. Man vernichtet danach sein Haus und bewirkt, dass niemand sich je auf diesem Haus wieder ansiedeln darf. auf seine Familie wird verbrannt. Also seine ganze Gegenwart, Vergangenheit, alles wird gelöscht und ausgemerzt. Was nicht verhindert, dass in einer gewissen Weile Verschwörungstheorien zirkulieren. Man glaubt eigentlich, dass es nicht allein gewesen ist, dass der Jesuitenorden dahinter steht. Tatsächlich, infolge dieser Verschwörungstheorien wird der Jesuitenorden 1764 verboten. Zeitsprung, eine Generation weiter, der gleiche Ort. Plastikreif, Richtplatz. Da steht jetzt die Guillotine. Eine Maschine, die erfunden worden ist, um die Exekution zu humanisieren. Urheber, Ignace Guillotin, ein Arzt, ein Philanthrop, der hat es bei verschiedenen Tieren versucht, wie man auf möglichst elegante Art und Weise Kopf und Körper trennen kann. Hat mit den Klingen gearbeitet. Hat die Klinge geschliffen. Und jetzt steht diese Maschine da und ist zum Einsatz bereit. Der Übeltäter hat lange warten müssen auf diesen Moment. Hat am Ende sogar Bettelbriefe geschrieben, dass man endlich zur Sache käme. Und es passiert, die Klinge fällt, das Geschäft ist erledigt, Kopf und Körper sind getrennt. Das Publikum, das Publikum ist unzufrieden. Das Publikum revoltiert. Das Publikum sagt, es wolle sein Potenz, seinen alten Galgen wiederhaben. Und warum? Weil man den Übergang vom Leben zum Tod, weil man das Sterben, die Agonie nicht bemerken kann. Der Tod wird gewissermaßen in die Abstraktion überführt. Das hat einige merkwürdige Begleiterscheinungen. Gegenüber der Plasse Gräf siedelt sich ein Restaurant, auf dem man die Tageskarte bekommt, auf der anderen Seite die Liste der Todeskandidaten. Aber irgendwie will sich der Ennui die Langeweile über diese eintödige Metzelei irgendwo nicht richtig befriedigen lassen. Also denkt man darüber nach, ob man das Ganze nicht wirklich ein bisschen Farben vorgestalten könnte. Zum Beispiel, indem man mehrere Guillotine gewissermaßen zusammenschaltet und so sieben auf einen Streich mit einem Schlag enthauptet wird. Wird zwar nicht realisiert, aber ist eine Fantasie. Es gibt relativ wenige Augenzeugenberichte in dieser Zeit, aber Guy Lennotre, der französische Historiker, hat einen Bericht eines Priesters erzählt. Der hat seinen Beichtkindern versprochen, einer adeligen Familie sie bei ihrem letzten Gang zu begleiten. Und eines Dankes ist es soweit. Der Priester ist heimgesucht von Entsetzen. Allein die Idee, dass er dort auf diesem Richtplatz erscheinen muss, schlägt ihm mit Übelkeit und Erbrechen. Trotzdem findet er sich ein an der Conciergerie, sieht zu, wie die Todeskandidaten auf die Karren verbracht werden. Und erstaunlich etwas, nicht auf direkten Wegen, sondern mit Umwegen zur Plastikgräf verbracht werden. Warum diese Umwege? Die hatte die Nationalversammlung, das Vorfahrtskomitee, haben die eigens inszeniert, damit das Publikum die Agonie der Todeskandidaten sehen kann. Wie bei Hitchcock. Man sieht das Messer nicht, bei Psycho, man sieht das Messer nicht eindringen, den Körper der Frau. Man sieht aber sozusagen im Schnitt die Abstraktion des Todes. Man hört den Tod. Man sieht das Ganze drumherum, aber man sieht den Tod nicht mehr. Der Priester läuft also mit. Es kommt zu einem Regenguss, weil die Menschen, weil das Spektakel für sie auch nicht mehr so interessant sind, dass man dafür riskiert, nass zu werden. Verlaufen verläuft sich die Gemeinde der Schaulustigen. Es gehen relativ wenig Menschen auf den Richtplatz. Darunter eben auch der Priester. Er sieht, wie seine Schäflein, die Beichte auf dem Karren abgenommen hat, wie sie dekapitiert werden. Aber geht er danach? Flieht er den Ort des Geschehens? Nein. Er ist plötzlich fasziniert von der Präzision, wie die Menschen auf den Richtplatz gehen, wie sie fixiert werden, wie der Kopf in den Korb fällt, wie das Blut sprisst und wie der Nächste. Es entsteht so etwas wie ein Stupor, eine kalte Faszination, ein kalter Blick, der mit ungläubigem Staunen dem folgt. Man könnte sagen, die Maschine wird gefräßig, so wie der Blick des Priesters gefräßig wird, der einige Stunden zuvor sich noch hat übergeben müssen, bei der Vorstellung. Diese Gefräßigkeit der Maschine hat nicht nur eine spektakuläre Seite, sondern durchaus auch eine sozialpsychologische. Denn das Ancien-Regime besaß einige hundert Henker und als die Guillotine kam, wurde sie gefräßig und fraß gewissermaßen die Arbeitsplätze auf. Schlimmer noch, also die Henker sahen sich plötzlich durch Volontäre und Freiwillige ersetzt, die einfach aus Spaß der Guillotine zuarbeiteten. Und die begannen eben nun Bittbriefe zu schreiben. Sie schrieben also, dass sie auch am Sonntag gehängt hatten oder auch wenn es geregnet hat. Und ein gewisser Pierre Canet aus Saint-Louis weist zum Beispiel darauf hin, dass man die lukrativen, Zitat, die lukrativen Teile seines Gewerbes ausgemerzt habe, dass ich nun an jeder Bürger herausnehmen könne, die gleichen Tätigkeiten auszuüben wie er. Die Klagen der Henker sind so massiv, dass der Justizminister sich genötigt sieht, Zitat, der Versammlung gegenüber zu bemerken, dass ich sehr oft Klagen und dringende, unmittelbar vorgebrachte Bitten von mehreren dieser Unglücklichen empfange, die durch die Aufhebung der alten Rechte, die ihren Unterhalt ermöglichten, in das grässlichste Elend geraten sind. Einige von ihnen haben mir gegenüber sogar durchblicken lassen, dass ihnen keine andere Einnahmesquelle als das Verbrechen bliebe. Demgegen bis jedoch, ich muss dies hier anmerken, einen großen Abscheu bezeugten, begründet auch mit der Vorstellung ihres grausamen Amtes. Eine Art Schrecken, den ich bei der Mehrzahl von ihnen gefunden habe und der bei mir ein lebendiges Interesse an ihrem Schicksal befahl, dessen eindrücklich der Nationalversammlung glaube, übermitteln zu müssen. Wir sehen, die Guillotine wird gefräßig und sie erzeugt gewissermaßen so etwas wie eine Art von Eigendynamik, eine maschinelle Eigendynamik, die sich in der absoluten Zentralisierung des Todes, wenn man so will, einer Vorwegnahme des elektrischen Stuhls, einem Verheimlichen des Todes, artikuliert bei gleichzeitiger Serialisierung. Es entsteht etwas, was man kennzeichnen könnte als vielleicht das Paradigma der modernen Machtausübung, die Tat ohne Täter. Die Geschichte der Guillotine macht klar, dass die Macht in der Moderne kopflos wird, also diese zentralperspektivische Macht, die in der Gestalt des Königs kombiniert wird, kopflos, und es entsteht eine Art Gesellschaftsmaschine, ein Machtaggregat, ein System. Ein extrem interessantes Exempel für dieses neue Machtaggregat bietet das Benthamsche Panoptikum. Benthams befand sich im Jahr 1788 in den Diensten des Fürsten Potiemke, genau desjenigen, der mit seinen potiemkischen Architekturen von sich ertreten machen lassen, und hatte den Auftrag bekommen, so etwas wie ein Arbeitshaus zu entwickeln. Bei diesem Arbeitshaus sollte sichergestellt werden, dass die nicht ganz fleißigen russischen Arbeiter überwacht werden sollten. Benthams kam also mit einer Architektur, die er später noch weiter raffinierte und eben zur Gefängnisarchitektur des Panoptikums, auf die sich ja Foucault mehrfach bezieht, weiter ausarbeitete. Beim Panoptikum befindet sich in der Mitte eines kreisrunden Baues ein Turm. Und dieser Turm ist so konzipiert, dass er eigentlich alle Teile des Gebäudes einsehen kann. Also jeder in diesem Gebäude kann von diesem Turm betrachtet werden. Sinn und unmittelbare Absicht dieser Architektonischen Konfiguration war, dass die Wärter, die ehedem in den Kerkern, also ungezügelter Gewalt sich hingegeben hatten gegenüber den Häftlingen, auf diese Art und Weise überwacht werden könnten. Also dass man die Wärter überwacht oder sich gegenseitig überwachen lässt. Und natürlich betrifft dies auch selbstverständlich die Insassen, die ihrerseits wussten, dass jeder ihrer Schritte, jede Bewegung sichtbar war. Durch diesen architektonischen Kunstgriff, das war Benthams Vorstellung, entsteht so etwas wie eine automatische Hebung der Sitten. Und die entsteht selbst dann, wenn der Turm eigentlich unbesetzt ist. Oder bestenfalls den Leichnam des Leviathan-Beherbe. Allein die Tatsache, dass jemand glaubt, gesehen zu werden und dass die Menschen sich ihm gesehen werden können, beobachten, führt zu einer Veränderung des Verhaltens, zu einer Hebung der Sitten. Benthams hatte nun nicht allein die Gefängnisarchitektur auserkoren für diesen Mechanismus, sondern dachte, dass man das auch in Krankenhäusern, Irrenanstalten, aber auch in Schulen perfekt würde benutzen können. Also totale Supervision. Er ging sogar noch einen Schritt weiter. Er sagte sich, dass die Regierung auf die gleiche Art und Weise überwacht werden müsste. Also sollte in jeder Amtsstube ein kleiner Spion angebracht werden. Und jeder Bürger sollte das Recht haben, sich vor dieser Tür aufzubauen, hineinzuschauen und zu schauen, ob der betreffende Beamte wirklich im Interesse des Steuerzahlers auch handelt. Also das, was wir eigentlich heute Transparency International nennen. Was wir hier sehen, ist tatsächlich ein neues Herrschaftsaggregat, eine Art von Gesellschaftsmaschine, die man vielleicht wirklich als eine Art von kybernetisches System auffassen kann. Das ist kein Zufall. Das ist in dem gleichen Jahr, als Benthams sein Arbeitshaus konzipiert, der erfindete Dampfmaschine, James Watt, sozusagen quasi ein ein Centrifugal Governor, also Governor konzipiert, also eine Art von Regler, der automatisch dafür sorgt, dass Dampf beim bestimmten Druck Dampf abgelassen wird oder sich die Maschine schließt. Governor, das kommt natürlich von dem Steuermann hier, von dem kybernetische Technik. Also das ist eben der, wenn man so will, ein kybernetisches Steuerungsprinzip. Die Gesellschaft selbst wird zu einem kybernetischen Mechanismus umgebaut. Und hier spielt nicht mehr die Einzelne die entscheidende Rolle, sondern, wenn man so will, die Gesellschaft der Menschen, die im Netz hängen, die gemeinsam zucken. Wenn wir von einer Tat ohne Täter gesprochen haben, so möchte ich jetzt ein exemplarisches Werk anführen, das auf den dänischen Philosophen Zürich Kierkegaard zurückkommt, das er in seinem Hauptwerk Entweder-Oder im Jahr 1843 angefügt hat. Es handelt sich um einen kleinen Text, der heißt, der den Titel trägt, Tagebuch eines Verführers. Da gibt der Autor vor, Manuskripte, Tagebucheinträge eines Mannes gefunden zu haben, die ein sehr bizarres, die ein sehr bizarres Unterfangen verfolgt. Er möchte eine junge Frau verführen, und zwar so, dass diese niemals sagen kann, dass sie von diesen Betreffenden in irgendwelche Misslichkeiten, Kalamitäten hineingebracht werden. Also der Akt der Verführung soll selbst vollständig unsichtbar gemacht werden. Es geht also um die Dissimulation, um die Auflösung, um das Unsichtbarmachen der Tat, also um eine Tat ohne Täter, zumindest in einem gesellschaftlichen Sinn. Interessant ist nun das Selbstverständnis dieses Verführers. Anders als etwa ein Don Juan, der sich gewissermaßen über die Serie, über das Gesetz der Serie, das eine Frau nach der anderen flachlegt, als Verführer versteht, begreift sich dieser Verführer als Beispiel, dem Beispiel des Faustzfolgen, der nur eine einzige Frau, Gretchen, den Kopf verdreht, als intensiver Verführer. Es geht also nicht um das Gesetz der Serie, sondern um die intensivste, das heißt absolute Macht. Wie aber erringt man die absolute Macht über einen anderen Menschen? Das ist also die Frage. Hier bedient sich der Verführer einiger interessanter Kunstkripte. Er hat zum Beispiel bemerkt, dass ein junger Mann ein großer Fan seines Opfers ist und dieser Mann, den er gewissermaßen als einen tumpen Fabulus, als einen tumpen Gehilfen einstellt, der bekommt jetzt den Auftrag, scheinbar als guter Rat getarnt, damit dieser im eigenen Auftrag loslaufen kann, die junge Dame mit gewissen Lektüre Empfehlungen zu versorgen. Das versichert ihm der Verführer, macht bei dieser jungen Dame extremen Eindruck und der Tölpel folgt dem und versorgt die also mit der entsprechenden Literatur. Der Hetergedanke ist relativ einfach. Der Gedanke ist der, dass man um Macht über jemanden zu gewinnen, ihn nicht irgendwo in Geiselhaft nehmen muss. Habeas Corpus. Nein, im Gegenteil. Es gilt seine Fantasien zu erreichen. Und zwar so, dass er das Gefühl hat, selbst diesen oder jenen Wunsch beharrlich verfolgen zu müssen. Eine Fantasie ist entzündet, also beginnt der entsprechende dem Phantasma der Autonomie erfolgend seinen eigenen oder für selbsterklärten Wünschen zu folgen. Es geht also darum, das Willenszentrum, das Begierdezentrum eines anderen Menschen zu besetzen. Was der Verführer erfolgreich macht und was Jean Baudrillard, der ein ganzes Buch über diesen Fall geschrieben hat, de la seduction, über die Verführung, geradezu als eine Form des perfekten Verbrechens beschreibt. Was wir hier aber vor uns haben, ist eine tiefe Veränderung des Machtgedankens. Macht bedeutet nicht mehr, habeas corpus, einen anderen Menschen quasi in Geiselhaft zu nehmen. Macht heißt, in seinen Kopf hineinzugehen, sein Willenszentrum gewissermaßen zu überwältigen, und zwar indem man bestimmte Begierden in seinen Kopf hineinpflanzt, wie wir es auch immer gesagt haben, plus intra. Hier wiederholt sich also im Ästhetischen, was wir als das Besondere letztlich der Elektrizität eben aufgefasst haben, dass hier ein Weg beschritten ist, also wie die Romantik gesagt hat, nach innen geht der geheimnisvolle Weg immer tiefer in die Psyche hineingeht, zu einer Form der psychischen Machtausübung wird, zu einer Tat ohne Täter. Was Sören Kierkegaard im Privaten in der Form des Geschlechterkrieges abhandelt, hat selbstverständlich auch eine gesellschaftliche, eine politische Dimension. Als Verführer par excellence tritt im 19. Jahrhundert Napoleon III. in Erscheinung der Neffe Napoleons, von dem Marx gesagt hat, dass er gewissermaßen die farsenhafte Wiederauferstehung seines tragischen Onkels sei. Napoleon ist insofern, der III. ist insofern eine interessante Gestalt, dass es ihm gelingt, sich an die Macht zu putschen, ja als Osopato sich mit einem demokratischen Votum zum Kaiser krönen zu lassen, in der Folge dann sämtliche Regierungsinstitutionen so weit auszuhören, dass eigentlich nur noch die kaiserliche Macht übrig bleibt. Natürlich gibt eine solche Machtfülle sofort Kritiker auf den Plan, hier in Gestalt des Journalisten Maurice Jolie, der etwas über diese neuen Machttechniken, über die Logik des Verführers schreiben möchte. Er weiß, dass er das nicht direkt kann, also muss seine Geschichte in eine Art Setting kleiden, wo das in paraphrasierter, übertragener Form möglich ist. Er wird einen quasi märchenhaften Zugang versetzt zwei historische Gestalten, Machiavelli und Montesquieu, den Geistegesetz und Machiavelli, den etwas sinisteren Renaissance-Denker in die Hölle und lässt sie Dialoge über diese neue Machttechnik führen. Da macht Machiavelli von vornherein klar, dass heutzutage man es nicht mehr nötig habe, Menschen einfach den Kopf abzuschlagen. Es gäbe sehr viel elegantere Mittel, sich der Macht zu versichern, beispielsweise der Presse oder des Geldes und dergleichen. Und genau dieser Tenor zieht sich durch alle Kapitel hindurch. Immer wieder erklärt Machiavelli seinem etwas idealistisch gesonnenen Gegenüber, wie eigentlich die Realpolitik abläuft, welche subtilen Mittel man hat, um die öffentliche Meinung zu beeinflussen, welche Schliche und Wege es gibt. Kurzum, was wir hier vor uns haben in diesem Text, ist nichts anderes als einerseits ein Bewusstsein der neuen Machttechniken, also der vernetzten Gesellschaft, in der die öffentliche Meinung eine ganz entscheidende Rolle spielt, die Presse eine andere und auf der anderen Seite in der die Dissimulation der Tat, also das Unsichtbar Machen, eben das, was der Kierkegaardsche Verführer vorgeführt hat, der das entscheidende Machtmittel darstellt. Jolie hatte Schwierigkeiten, diesen Text in Frankreich zu veröffentlichen, denn natürlich konnten intelligenteren Zeitgenossen sehen, wer hier eigentlich porträtiert wurde, also musste er ihn in Brüssel, im Ausland veröffentlichen, wurde dann auch, als er die Grenze überquerte, in Frankreich zugleich festgenommen und für 17 Monate in Haft verbracht. Nun, wir haben hier einen Text, der sich mit zeitgemäßen, modernen Machttechniken beschäftigt. Machttechniken, die eben nicht mehr auf die rohe Gewalt ausgehen, sondern eben mit den Mitteln der Propaganda, der Insinuation, der indirekten Soft Power, wie wir das vielleicht heute sagen würden, arbeiten. Nun ist die Frage, wie kann aus diesem Text, der sich mit einer auf ganz realistische Art und Weise mit einer zeitgemäßen Figur auseinandersetzt und ihren Praktiken, wie kann aus diesem Text das ominöseste Manuskript werden, das das 20. Jahrhundert dann gesehen hat, die Protokolle der Weißen von Zion. Wie kann also ein realistischer Blick sich zu einer Verschwörungstheorie wandeln? Hier kommen wir zu einem Punkt, der einigermaßen bemerkenswert ist, also zum Aufflammen letztlich des Antisemitismus, vor allem des rassischen Antisemitismus in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Das heißt wesentlich mit einer auch verendeten Wahrnehmung der Realität zu tun, wenn man so will auch einem ersten Unbehagen in der Moderne, das sich auf neuartige, fremdartige Weise zeigt. Das Jahr 1868 war charakterisiert dadurch, dass die Verheißung der Modernisierung, also immer steigende Wachstum, Mehrwert und dergleichen, mit einer ersten Wirtschaftskrise konterkariert wurde. Man sah plötzlich eine Serie von Bankrotten, die mit dem Telegrafenkabel gewissermaßen von einem Land zum anderen sich fortpflanzten. Und es entstand die Vorstellung, dass vieles dort nicht mit rechten Dingen zugeht. Dass also irgendwo dunkle Mächte am Werk sein müssten. Was lag es näher, als da auf den klassischen Sündenbock zu verfallen? Also das internationale Finanzjugendtum zum Beispiel. Eines der ersten Werke war das des Philosophen Eugen Düring, eigentlich eines materialistischen, positivistischen Denkers, der zudem der Sozialdemokratie zuneigte. Der Gleichwohl vor allem in den Juden, die Parasiten eines Gesellschaftssystems sagen, die das Ganze gewissermaßen zersetzten. Also wir haben den Zusammenhang von Symbolon und Diabolon, also diese diabolische Existenz. Die Hülte, so Düring, den Nietzsche ganz treffend, das ist moralische Boom-Boom, also ein Großsprecher, der Moral bezeichnete, die rührte gar nicht zu sehr aus dem mosaischen, also jüdischen Glauben, sondern vielmehr aus ihrer Rasse. Also die Juden als Rasse sind gewissermaßen das destruktive, zersetzende Element. Das war der Gegenstand seiner Schrift über die Judenfrage, der weit rezipiert wurde und zum Anwachsenden des Antisemitismus beitrug. Im Jahr 1892 kommt eine ähnliche, ähnlich finstere Schrift in Frankreich zum Tragen, Édouard Drummond's La France Jérife, also das verjudete Frankreich, da werden ähnliche Dinge laut und Antisemitismus verbreitet sich, wird gewissermaßen zum guten Ton in der Gesellschaft. Theodor Fritsch beispielsweise veröffentlicht seinen Antisemiten-Katechismus, eine Art von Vadimekum, bei der abermals das internationale Finanzjudentum als Verursacher aller gesellschaftsersetzenden Tendenzen betrachtet. Wir sehen also, dass das Unbehagen in der Moderne mit dem Sündenbock mit dem Juden als vermeintlichen Urheber all dieser Dinge zusammengeht. Wie kommt es nun dazu, dass Jolies Kritik an der Regierungstechnik sich mit der Frage des Antisemitismus vermehlt? Wie kann also eine zeitgemäße Machttechnologie plötzlich zu einer jüdischen Weltverschwörung werden? Hier nähern wir uns einem Manuskript, das sich weitlich bei Maurice Jolie bedient hat, dem das Ganze aber in einen fiktiven Rahmen eingesponnen hat. Es handelt sich um das Werk eines deutschen Postbeamten, der aufgrund einer Machenschaft aus dem Postdienst entlassen worden ist, eine Unterschlagung und fortan sein Glück als Romanschriftstelle unter dem klangvollen Pseudonym Sir John Ratcliffe gesucht und gefunden hat. Der hat also das Jolie-Sche Manuskript gelesen und baut es in einen Schauer-Roman ein, Biarritz, der an einer bestimmten Stelle in Prag, auf dem alten Judenfriedhof zu Prag spielt. Das Setting ist relativ simpel beschrieben. Auf diesem Friedhof versammeln sich alle 100 Jahre, auf dem Friedhof wo übrigens auch schon der Rabbi Löw, also der Golem, sich breit gemacht hat. Auf diesem Friedhof versammeln sich alle 100 Jahre die zwölf Stämme Israels und Beratschlagen über das Schicksal der Juden. Ein Dreizehnter ist zugegen, der also mit höhnischem, häufig auch Beifallskundgebenden Gelächter die Szene kommentiert. Das ist der Teufel, also höchst selbst. Die versammeln sich da und geben also ihre Ratschläge zum Besten. Es gibt zwei Zeugen dieses Geschehens, die sich irgendwo in einem Gebüsch versteckt das anschauen. Das ist einerseits ein deutscher Wissenschaftler, der sich in der Kabbalah kundig machen wollte und zu diesem Beruf einen christianisierten italienischen Freund dabei hat, der ihn einführt, in die Gesetze des jüdischen Denkens. Die beiden bekommen also mit, was da in mitternächtlicher Stunde auf diesem Friedhof passiert. Also tritt ein, Stamm Israel, Benjamin und so weiter, wie sie auch alle heißen mögen, hervor und sagen also, was die Rezepte sind, um die jüdische Weltsherrschaft zu erringen. Da geht es im Wesentlichen darum eben, dass man nicht Menschen einfach dekapitiert, enthauptet, sondern dass man ihre Begierden dominiert. Durch die simplen Techniken Geld und Presse in der Regel. Geld regiert die Welt, das ist das Primat, von dem alles ausgeht. Der Erste kommt auf den Gedanken, dass man das Finanzsystem eigentlich dominieren muss, dass man Geld zu Wucherzinsen verleiten, auf diese Art und Weise das gesamte Geldsystem und Bankensystem dominiert. zum Zweiten kann man dann Lehnen oder Hypotheken auf Land ausgeben und im Laufe der Zeit die Landbesitzer in Schuldknechtschaft bringen. Wenn man dazu noch den kapitalismusfreien Warenaustausch befördert, geraten die Firmen Konkurrenz zueinander, die Profite sinken, abermals quasi Kredite werden ausgegeben und bringt sich in den Besitz der Firmen, dann geht es weiter, dass man die Institutionen unterwandert und die Gesetzgebung etwa in Richtung Finanzpraktiken und dergleichen beeinflusst. Dann unterwandert man die Erziehung, um die Köpfe der jungen Menschen in Zukunft eben auch zu dirigieren. Dann entwaffnet man das Militär und verlagert eigentlich die Gewalt ins Innere, schwächt damit den allgemeinen Wehrwillen der Bevölkerung. Dann macht man sich selber unsichtbar, indem man sich mit Christinnen vermischt und Mischehen und auf diese Weise kann das Judentum, das offenbar immer als Rasse sehr viel widerständiger ist, seinen Dominanz gewinnen. Schließlich geht es darum, die Presse und die öffentliche Meinung zu beherrschen. All diese Rezepte sind häufig wörtlich aus dem Text von Maurice Jolie einfach abgeschrieben und die Beigabe letztlich die Hermann Götzsche alias Sir John Ratcliffe gegeben hat, ist eigentlich nichts weiter als dieser Schauermoment. Mit dieser kleinen Wendung das avancierte Machttechniken die der Logik sozusagen quasi des Kierkegaardschen Verführers laufen plötzlich zu einer Verschwörung mutieren die allein den Juden anzulassen ist. Wir sehen also, dass das Unsichtbar Werden der Macht die Tat ohne Täter sich zu einer Verschwörung verwandelt und diese Urheber dieser Verschwörung sind die finsteren Juden. Es ist die jüdische Rasse. Die Frage stellt sich wie kann ein solches Schauerstück eindeutig ein Werk der Fiktion wie kann dies plötzlich den Anstrich eines zeitgeschichtlichen Dokumentes bekommen eines authentischen Dokumentes das von irgendeinem Teilnehmer des Basler Zionistischen Kongresses 1897 geleakt worden ist. Also irgendwo als Protokoll eines authentischen Geschehens in die Welt hineingeraten ist. An dieser Stelle kommt wiederum ein Agent ins Spiel der weder Deutscher noch Franzose eigentlich überraschend ist wie überhaupt die ganze Wendung plötzlich nämlich haben wir es mit Piotr Ratschkowski zu tun dem russischen Leiter des Pariser Büros des sachistischen Geheimdienstes der Okraner was sollte die Okraner was sollte der russische Geheimdienst für ein Interesse haben ein Dokument zu fälschen und es als authentische Mitschrift auszugeben der Hintergrund ist einfach Russland litt besonders unter diesem Unbehagen in und an der Moderne deswegen weil das Land weitgehend rückständig war bis 1871 kannte man Leibeigenschaft und unter dem Zar Alexander dem Zweiten eine Form der Modernisierung von oben erlebt hatte es gab also Eisenbahnen plötzlich schwere Industrie und dergleichen aber es gab eben auch Phantomschmerzen die es ein nicht wahrnehmen wollen nicht wahrhaben wollen diese neuen Gesetzmäßigkeiten und was liegt es dann näher als kurzerhand einen Schuldigen dieser der unbequemen modernen Begleitumstände klarzumachen die Juh Ratschkowski fühlte sich möglicherweise auch dadurch ermutigt dass mit Nikolaus dem Zweiten ein veritabler Antisemit den Thron bestiegen hatte später fand man in Nikolaus des Zweiten Bibliothek dieses Manuskript der fabrizierte diesen Text schrieb eine sehr sehr schlechte Arbeit man kann sich ernsthaft fragen warum die Leute nicht darüber gestolpert sind diese verschiedenen vollkommen heterogenen Dinge waren nicht mal besonders intelligent zusammengesetzt jedenfalls gelangte dieser Text dieses Dokument in die Hände eines russischen Mystikers und Autors Sergei Nilus der hatte 1901 ein bereits apokalyptisches Werk geschrieben das große im kleinen betitelt in dem er eigentlich des Nahen des Antichristes ankündigen wollte was lag es näher als seiner zweiten Auflage diesen Text gewissermaßen die Blaupause einer solchen antichristlichen Weltverschwörung beizugeben Russland war seit 1903 in einer Serie von Pogromen gefallen und es wurde noch schlimmer nach dem verloren gegangenen russisch-japanischen Krieg Antisemitismus wurde gewissermaßen zur Nationaldoktrin das änderte sich mit der Machtübernahme durch die Bolschewiken aber da verbreitete sich mit all den russischen Exzellenten die nach Europa ging das verbreitete sich dieses Manuskript überall in Europa eine ungarische polnische französische Übersetzung entstand es rumorte überall in den Exzellenten Kreisen aber auch weit darüber hinaus und so gelangte das Manuskript selbst nach Amerika wo es mit Henry Ford dem Industriellen der später die Finelisi entwickeln sollte ein besonders willigen Fürsprecher fand später distanzierte er sich davon aber zu dieser Zeit 1917 schrieb er den Eternal Jew also ein schreckliches ein schreckliches Machwerk das einen großen Einfluss hatte und nach Europa zurück schwappte 1921 veröffentlichte die Londoner Times auf Geist ihres Konstantinopla Gesandten die Protokolle der Weisen von Zion zwar nicht als Fälschung sondern als ernstzunehmende und disputierenswürdige Enthüllung und so gelangte das Manuskript dann auch in die Hände von Alfred Rosenberg dem Chefpropagandisten der Nazis und von da zu Adolf Hitler für Hitler waren die Protokolle der Weisen von Zion eine Art von Offenbarung plötzlich war sein Weltbild gewissermaßen gefestigt dieses Bild das in einem Kampf entwickelt war in einem letztlichen Endkampf zwischen der arischen Rasse und einer diabolischen jüdischen Rasse die es eigentlich zu vernichten und von der Welt zu entfernen gelte wir sehen also hier das Unbehagen in der Moderne in reinster gespaltener Form und vielleicht von daher ist dieser sinistre Hitlersatz zu verstehen hier löst sich gewissermaßen ein Begehren ein gäbe es den Juden nicht so müsste man ihn erfinden was die Folgegeschichte dieses Manuskriptes anbelangt so wurde dann doch relativ schnell klar schon in den 30er Jahren einem großen aufsehen erregenden Prozess dass es sich eigentlich um eine Fälschung handelte und man holte auch die Dokumente hervor und wusste dass Jolie verwurstet worden war ebenso wie Hermann Götsches Schauer Stück altes man konnte den Weg des Manuskriptes halbwegs nachvollziehen das hinderte aber gar nicht an der Verbreitung dieses Manuskriptes zu einem absoluten Megaseller wurde und die Köpfe bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs beherrschte nach dem Zweiten Weltkrieg wanderte das Buch in den arabischen Raum wurde zu einem Bestseller aber es wanderte selbst in so entlegene Bereiche wie Japan wo es 35 Auflagen erlebte obwohl die Japaner keine Juden und auch keine nennenswerte Minderheit haben es wurde ein besonders bizarres Exempel dieser Wanderung ist eine japanische Delegation die wiederum einen Besuch in Israel macht und die Israelis als Gastgeschenk mit einer vergoldeten Fassung dieses Buches erfreut zum Entsetzen letztlich ihrer Gastgeber die einfach fassungslos sind aber dann von den Japanern zu hören bekommen das ist doch eigentlich großartig so wie die sich das gedacht hätten sei es doch in der Welt eingetreten wir sehen also dass das Unbehagen in der Moderne die Abspaltung an eine vermeintlich böse Macht die hinter all dem stecken steckt und stecken muss was man nicht versteht keineswegs untergegangen ist sondern anhält etwa in den 2000er Jahren wird das wird das Manuskript nochmals in der Türkei veröffentlicht stürmt da die Bestsellerlisten kurzum das Unbehagen der Moderne ist nicht erledigt es hält weiterhin an worin besteht der Skandal der Protokolle der Weißen von Zion man hat sich lange mit der Frage der Fälschung beschäftigt also der Tatsache dass eben ein dubioses Werk der Fiktion Göttschets Biarritz plötzlich zu einem Werk der Faktizität zu einem Dokument authentischen Dokument werden sollte allerdings ist diese Betrachtungsweise so begründet sie ist doch einigermaßen schwach nicht nur dass diese Fälschung handwerklich unglaublich schlecht gemacht worden ist und dass eigentlich jeder halbwegs realistische Kopf hätte sagen müssen dass es hier nicht mit rechten Dingen zugeht darüber hinaus überblendet diese Frage den sehr viel tieferen Skandal den ich mit diesem Titel Unbehagen in der Moderne habe anklingen lassen wollen also der Tatsache nämlich dass man indem man die Moderne gewissermaßen als eine jüdische Welt Verschwörung darstellt das eigene Mittun die Conditio Humana in der Moderne eigentlich ausblendet die Macht ist eine dunkle Macht das sind Aliens das sind fremde obskure Wesenheiten die den ehrlichen den ehrlichen Arbeiter der aus seiner Scholle sitzt Blut und Boden gewissermaßen aussaugen eine fremde vampireske Macht man könnte die Frage stellen ob tatsächlich diejenigen die sich dieser Verschwörungstheorie verschrieben haben ihrerseits eigentlich abstinent waren in Hinsicht auf die Nutzung der modernen Machttechniken und hier kommen wir zum eigentlich interessanten Punkt für den letztlich dieses Hitler Zitat gäbe es den Juden nicht so müsste man ihn erfinden stellvertretend steht denn indem man die Illusion folgt dass eine böse fremdartige feindliche Macht bereit ist gewisse Mittel gegen einen selbst einzusetzen Mittel die man selber verdammt ist man dann doch geneigt quasi als zur Selbstwehr zur Selbstverteidigung genau diese Mittel prophylaktisch gegen den Feind anzusetzen also man verleibt sich die Moderne ein aber ohne die Verantwortung dafür zu tragen weil doch der Aggressor eigentlich Schuld ist daran dass man diese Mittel benutzt auf diese Weise kommt es tatsächlich zur Tat ohne Täter zu einer geradezu zu einer Enthemmung eines Gewalt Aktes für den der Betreffende keine Verantwortung übernimmt man könnte sagen dass die Moderne sich hinterrücks der Geister bemächtigt Taten wohlgemerkt ohne Täter selbstverständlich ist genau das eigentlich die sonderbare Dialektik die wir eben zum Beispiel im Nationalsozialismus eindeutig benennen können schaut man sich die Ästhetik an dann sieht man den Bauern der wehrhaft und zugleich in alter Sitte gemäß auf seiner Scholle festsitzt Blut und Boden mit dem Schweiße seines Angesichts der Arbeit nachgeht irgendein Idyll ein bäuerliches Idyll aus dem 19. Jahrhundert schaut man sich die Praktiken der Nazis an etwa die Art und Weise wie sie in den 20er Jahren bereits Propaganda betrieben haben sieht man eine hochmoderne Medienmaschine Goebbels mit seiner Aussage 90% Unterhaltung 10% Propaganda das ist hypermodern und auch die Umarmung letztlich des hollerischen Lochkarten Automaten der datenmäßig betriebene Genozid sprechen eine ganz andere Sprache Interessant ist aber und charakteristisch ist dieser Moment der kognitiven Dissonanz dass die Moderne als eine fremde feindliche Macht begriffen wird die man nicht in den eigenen Kosmos hinein nimmt sondern als jüdische Weltverschwörung abspaltet darin besteht der Skandal der Moderne der Moderne die nicht bereit ist die Konditio Humana der Moderne zum Armen eine Moderne die nicht willens ist Moderne zu sein 1 Tage 2 1 2 2 2 2 3 6 12 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020